Bei Ihnen ist man dann so auf Probe eine Weile mit dabei und hat dann irgendwann die Chance, eine Feuertaufe absolvierend dann zum inneren Kern mit zu gehören oder wie kann man sich das vorstellen? Nicht gerade Feuertaufe, man muss auch keine Mutprobe machen, sondern man muss sich einfach in das normale Parteileben einbringen. Das kann man auch schon, wenn man noch nicht Mitglied ist. Und all diejenigen, also ich finde wirklich toll, ich habe ja jetzt bei diesem Unterstützertreffen ein bisschen gesehen, wer sich bei uns engagieren möchte. Und das ist die Mitte der Gesellschaft, das ist nicht die Diaspora. Also ich kenne das wirklich anders aus meiner Biografie, wenn ich so daran denke, die PDS oder auch die Linke, auch in einigen Westverbänden am Anfang. Das waren, also wir haben da, wir haben Handwerker, wir haben Ärzte, wir haben Pflegepersonal, wir haben Lehrer, wir haben eigentlich alle Menschen, die so in dieser Gesellschaft sich ja auch berechtigt, von dieser unsäglichen Politik, die wir haben, nicht mehr vertreten fühlen und die wir uns unterstützen wollen. Und natürlich möchten wir, dass sie auch dann Mitglied werden. Wir bitten halt nur um Verständnis, dass das eben ein längerer Prozess ist, um eben das Destruktive draußen zu halten. Jetzt haben Sie gesagt, die Grünen sind eine schlimme Partei mit der AfD, wollen sie eigentlich auch nicht. Dann bleiben jetzt Union, SPD und Die Linke als mögliche Machtoptionen oder? Also ich glaube, wichtiger ist, dass wir wissen, was wir inhaltlich wollen, was wir verändern wollen. Also wir wollen weder für die... FDP habe ich vergessen. Ja gut. Die Frage ist ja auch, welche Parteien sind in fünf Jahren noch relevant? Also wir sind ja in Deutschland schon ein... Komisch, dass Sie darauf bei der FDP zu sprechen kommen. Aber das ist sicherlich Zufall. Das kann man auch bei der Linken ansprechen. Also das ist jetzt nicht mein Thema. Ich meine, die FDP wird wahrscheinlich auch nicht ganz verschwinden, aber sie ist in vielen Bundesländern eben keine Partei mehr, mit der man erstmal kurzfristig rechnen muss. Sie ist draußen aus den Landtagen, im Osten war, glaube ich, fast flächendeckend bald, zumindest nach den Umfragen zu sehen. Also da verändert sich ja auch viel. Und um ehrlich zu sein, das hat ja auch was damit zu tun, wie sich Parteien aufstellen. Also auch die Linke hat sich ja verändert. Die hatte mal fast zwölf Prozent und jetzt hat sie eben drei. Und bei der FDP ist es ähnlich, wenn die Wähler nicht mehr wissen, wofür eine Partei steht, warum man sie wählen soll, weil es völlig beliebig ist. Also wofür steht die FDP? Ich meine, die hat bei der letzten Wahl 2021 stark abgeschnitten, relativ stark, weil sie sich, zumindest teilweise, auch gegen diese Lockdowns und diese Freiheitseinschränkungen der Corona-Zeit positioniert hat. Dann kommt sie in die Regierung und macht die schlimmste Ausgrenzung in der Ampel, die man sich vorstellen kann. Menschen, die von ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung Gebrauch machen, fliegen aus dem gesellschaftlichen Leben raus. 2G wird flächendeckend eingeführt. Das heißt, schon damit hat sie sich völlig diskreditiert. Und dann kommen die ganzen grünen Marotten, Heizungsgesetz, die ganze unsägliche Politik gegenüber unserem Mittelstand und die FDP trägt alles mit. Man wird die FDP für sich in Anspruch nehmen, das Schlimmste verhindert zu haben. Sie hat ja schon das Heizungsgesetz auch so weit aufgehalten, dass es am Ende dann weitgehend entkernt wurde. Das weiß ich nicht so genau. Also das wurde immer so kommuniziert, das sei doch jetzt gar nicht so schlimm mehr, das Heizungsgesetz. Das kommt ja. Es ist ja nur aufgeschrieben, also aufgeschoben. Also jetzt ist die kommunale Wärmeplanung kommt jetzt vorher, aber die kommunale Wärmeplanung, was heißt das? Die meisten Kommunen sind ziemlich klamm. Die können nicht irgendwie riesige Fernwärmenetze ausbauen und gar noch mit erneuerbarer Energie, auch wenn das wünschenswert wäre. Aber es gibt ja das Geld nicht. Das heißt, die werden irgendwann sagen, ja wir haben dieses Wärmenetz, der Rest muss sehen, wie er sich selber aufstellt. Und dann schlägt das Heizungsgesetz zu für die eigenen Besitzer und auch natürlich für die Mieter, wenn dann der Vermieter unter Druck ist, wenn die Gasheizung irgendwann kaputt geht. Also das ist ja nicht weg. Und das ist ja aberwitzig. Ich meine, wir haben jetzt in, ich glaube, Oranienburg war das, die erste Sperrung, Stromsperrung, also das heißt, die erste Sperrung, das gesagt wurde, also die E-Autos und so, die können nicht alle ans Netz. Und trotzdem gilt dieses Wärmepumpengesetz nach wie vor. Wir fördern auch, also dafür wird Geld ausgegeben. Wenn Menschen jetzt sagen, okay, ich schmeiße meine Gasheizung raus, obwohl die funktioniert, ich baue mir eine Wärmepumpe ein, kriegt er öffentliches Geld. In einer Situation, wo die Netze überhaupt nicht ausreichend sind, um viele Menschen und viele Wärmepumpen am Leben zu halten und zu betreiben. Das ist doch eine irre Politik. Ich frage auch deshalb, mit wem Sie koalieren könnten, weil Sie, glaube ich, zu Anfang auch mal gesagt haben, in Sachsen ein Schlimmeres zu verhindern, könnten Sie sich auch mit der Union vorstellen. Nun gibt es in der Gesellschaft, so beobachte ich das zumindest, so ein bisschen das Bedürfnis nach einem relativ radikalen Politikwechsel. Also nicht die Varianten dessen, was jetzt gerade in Berlin dran ist, und sind da drei in der Koalition, mit irgendjemandem, der da schon jetzt dabei ist und Frust verursacht hat, wird man künftig auch noch zusammengehen müssen, aus Sicht der Union zum Beispiel. Und die Leute, die sagen, wir wollen einen Komplettwechsel, gehen dann schnell zur AfD, weil man da einfach am glaubwürdigsten den Eindruck hat, die werfen wirklich die Stöcke zwischen die Speichen. In dem Maße, wo Sie jetzt austarieren, mit wem Sie alles könnten, machen Sie sich da nicht den Vorwurf zu eigen, dass sie auch nur nach Machtoptionen streben, dass sie dann ihr Programm aufweichen müssen im Konsens und eben doch nicht eine Kraft der Veränderung sind? Also wir werden nicht der Mehrheitsbeschaffer der Union für ein Weiter-so-sein. Das haben wir auch immer sehr deutlich gesagt. Wir werden nur... Richtige Antwort. Also das war jetzt eine kritische Frage und gut, dass sie sich hier nicht rauslaviert hat. Richtige Antwort, kann man nur sagen. Also ich halte die Koalition mit der CDU ehrlich gesagt de facto für ausgeschlossen, wenn das WSW wirklich ernsthafte Veränderungen fordern wird. Beispielsweise ein großes Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur, wogegen sich die CDU immer gesperrt hat. Dann wird die CDU einfach sagen, nee, da machen wir mit euch keine Koalition. Dann koalieren wir wieder mit den Grünen, mit der SPD. Und wenn es damit nicht reicht, dann machen wir halt eine Minderheitsregierung. Also das ist dann das wahrscheinlichste Szenario. Also das muss man einfach sagen. Es wird einfach an den Inhalten scheitern, selbst wenn man sich verhandlungsoffen gibt.